Hallo und herzlich Willkommen zu Total Emotional, dem Podcast für Frauen. Wir sprechen über die ganz alltäglichen Gefühle, wie sie entstehen und was sie mit dir machen. Fangen wir doch gleich an. Folge 7. Kaufrausch, Lustgefühle und Selbsthypnose. Du hast das bestimmt auch schon mal erlebt. Du hast ein bisschen Geld in der Tasche oder hast ganz gut verdient und dann gehst du in die Stadt mit dem Plan, dir etwas Hübsches zu gönnen. Vielleicht gehörst du zur wählerischen Sorte Frau und nimmst nicht gleich das erste Beste. Aber dann passiert es. Du landest in einem Laden, der deinen Geschmack genau trifft. Du kannst dein Glück kaum fassen, dass du jetzt nicht gezwungen bist, stundenlang durch die Stadt zu rennen, um das Richtige für dich zu finden. Und irgendwie scheint an diesem Tag alles zu gelingen. Die Göttin des Kaufrausches ist mit dir und du siehst überall Dinge, die du ganz unbedingt brauchst. Von der Hose über die Schuhe, eine Jacke, eine Tasche. Es ist im Moment alles da, was du brauchst und was dir auch noch gefällt. Irgendwann setzt dann dein Verstand ein und sagt, jetzt reicht's aber. Für heute ist es genug. Ein Tipp von mir. Wenn du dazu neigst, im Rausch zu kaufen, dann ist es schlau, darüber mal Buch zu führen. Das heißt, aufzuschreiben, was du so innerhalb eines Monats zusammenkaufst. Und wenn du dann merkst, dass du besonders kaufanfällig bist, wenn du einen schlechten Tag gehabt hast, dann rate ich dir, herauszufinden, wie du dir selbst auf andere Weise helfen kannst. Da lohnt sich beispielsweise die ein oder andere Hypnosesitzung. Die Investition ist auf Dauer auf jeden Fall günstiger. Manchmal passiert auch noch Folgendes. Du entdeckst in einem teuren Geschäft die Schuhe oder die Handtasche deiner schlaflosen Nächte. Das Ding deiner Träume. Und du hörst es praktisch zu dir sprechen. Wenn du mich kaufst, dann wirst du glücklich sein bis ans Ende deiner Tage. Und alle werden dich für mich bewundern. Natürlich weißt du, dass das totaler Quatsch ist. Aber der Verstand hat in dem Moment keine Chance gegen das Unterbewusstsein. Denn das Unterbewusstsein ist fest davon überzeugt, dass dieses Ding dich glücklich machen wird für immer und ewig. Wenn du zu den einigermaßen reflektierten Menschen gehörst, dann wirst du diese Schuhe oder Handtasche in dem Moment nicht kaufen. Du wirst nach Hause gehen und dein Unterbewusstsein wird dir immer wieder mal vor Augen halten, wie schön doch diese Schuhe oder diese Handtasche sind. Und das wird dich daran erinnern, wie glücklich du sein könntest, wenn du diese Dinge kaufst. Und dann gebe ich dir maximal zwei Tage Zeit, bis du wieder in der Stadt bist, Herzklopfen hast, die der Schrecken in die Glieder fährt bei dem Gedanken, dass deine Größe oder deine Farbe nicht mehr zur Verfügung stehen könnte. Dass jemand anders an deiner Stelle jetzt glücklich wird mit diesen Schuhen oder dieser Tasche. Und dann siehst du, sie sind noch da. Du kannst es kaufen. Und das ist genau das, was du dann tun wirst. Voller Freude und Glück gehst du nach Hause und du erfreust dich an den Dingen, die du gekauft hast. Und dann passiert wieder so etwas wie ein Kater. Die Schuhe sind vielleicht total unbequem und du ziehst sie maximal zweimal an, denn die Blasen, die du dadurch bekommst, sind es einfach nicht wert. Oder aber die Tasche, die du gekauft hast, passt farblich genau nicht zu deinen bisherigen Sachen und deswegen fristet sie ein freudloses Dasein in deinem Schrank. Was ist da passiert? Welche Pferde sind da mit dir durchgegangen? Du hast etwas gekauft, was du nicht wirklich brauchst, was also auch keine rationale Entschuldigung in der Nützlichkeit finden wird. Und trotzdem hast du es getan. Und meistens auch noch für zu viel Geld oder im schlimmsten Falle für das Geld, das du gar nicht übrig hattest. Und dann sitzt man zu Hause und ärgert sich heimlich schwarz. Denn es ist sehr, sehr schwer, das zuzugeben. Dann tauchen so Gedanken auf wie Wie konnte ich nur so blöd sein? Oder warum habe ich das nur gemacht? Du hast das gemacht, weil dein Unterbewusstsein mit dir selbst Hypnose gemacht hat. Es hat dir immer wieder vorgegaukelt, wie glücklich du in deinem Leben sein wirst, wenn du diese Dinge kaufst. Das ist pure Emotion und irgendwann glaubst du das. Der Blick in die Kristallkugel der Zukunft zeigt dir, wie es sein wird, wenn du diese Dinge kaufst. Dass das nicht real ist, das weißt du schon vorher, aber wirklich akzeptieren tust du es nicht. Denn dieser Blick in die Kristallkugel ist so wunderbar, so glitzernd, so faszinierend und so verlockend, dass du gar nicht anders kannst, als dem nachzugeben. Und du reagierst dann wie jemand, der verliebt ist, mit Herzklopfen und Kribbeln im Bauch und diesem großen Glücksgefühl, wenn du es endlich in deine Einkaufstasche packen kannst. Der Traum zerfällt, sobald du zu Hause bist. Dann setzt die Realität ein und du vergleichst Farben und Größen und plötzlich merkst du, wie der Schuh mehr drückt als gedacht und nur, um sich das nicht eingestehen zu müssen, dass man einen Fehler gemacht hat oder das Falsche ausgesucht hat, wirst du diese Schuhe einmal oder zweimal trotzdem tragen. Das ist übrigens ein Verhalten, das jedem Menschen, egal ob Mann oder Frau, passiert. Bei den Frauen sind es meistens eher die Schuhe oder Taschen, bei den Männern sind es häufiger Uhren oder Autos. Was es ist, spielt überhaupt keine Rolle. Dein Unterbewusstsein wird dir so schon so manchen einen oder anderen Euro aus der Tasche gezogen haben. Mein Tipp dazu ist, wenn du weißt, was dein Unterbewusstsein vorhat, wenn du dieses absolute Verlangen spürst, etwas kaufen zu müssen, was über deinem Budget liegt, dann kannst du tatsächlich mit deinem Unterbewusstsein verhandeln. Ich weiß, es klingt ein bisschen merkwürdig, wenn ich jetzt sage, du sollst mit deinem Unterbewusstsein sprechen. Aber sobald du das tust, verhinderst du, dass das Unterbewusstsein dich zu sehr manipuliert. Du verhinderst, dass dein Unterbewusstsein deinen Verstand aushebelt. Heißt das jetzt, du darfst dir nichts mehr Verrücktes kaufen? Nein, selbstverständlich nicht. Du sollst dir nur darüber im Klaren sein, was du da tust. Das ist alles. Wie könnte das jetzt aussehen, mit dem Unterbewusstsein zu sprechen? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Bleiben wir mal bei den wunderbaren Schuhen, die mit Sicherheit traumhaft an dir aussehen werden für spezielle Gelegenheiten. Denn dir ist jetzt schon klar, dass diese Schuhe keine normalen Alltagsschuhe sind. Du verspürst diesen Wunsch, diesen Drang, diese Schuhe für teures Geld zu kaufen. Und jetzt machst du Folgendes. Du kaufst diese Schuhe nicht. Du gehst nach Hause. Und dann setzt du dich ganz in Ruhe mal für zwei Minuten hin und überlegst dir, was an diesen Schuhen denn so wunderbar ist. Du weißt, dass du diese Schuhe nicht wirklich brauchst. Und jetzt soll dir dein Unterbewusstsein bitteschön die Argumente geben, die dazu beitragen, dass du das Geld in die Hand nimmst und diese Schuhe kaufst. Und dann lässt du die ganze Sache weitere vier bis fünf Tage ruhen. Und nach dieser Zeit fragst du dich noch einmal, ob du diese Schuhe tatsächlich kaufen möchtest, zu diesem Zeitpunkt. Und wenn dann die Antwort ja, nein, vielleicht, ich weiß es nicht, ist, dann kaufst du sie nicht. Vielleicht kaufst du sie zu einem anderen, günstigeren Zeitpunkt, wenn du das Geld dafür hast und wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass diese Schuhe gut passen, wenn du es dir wirklich gut überlegt hast. Und dann wird es auch keinen Einkaufskater geben. Wenn du sie nicht kaufst, dann wirst du auch nicht traurig sein darüber, sondern die ganze Sache einfach als Idee abhaken. Und das macht dein Leben deutlich leichter und fühlt sich richtig gut an. Wenn du mehr wissen möchtest über Gefühle und Emotionen und wie du sie für dich einsetzen kannst, dann abonniere doch Total Emotional den Podcast für Frauen und freu dich auf die nächsten Folgen. Bis dann!